Schön, wenn man so eine Familienidelle sieht. Tja, Spannung, Dramatik beim Golf und bei der Leichtathletik. Ich glaube, es war insgesamt ein gelungener Sportnachmittag. Und ich habe für Sie jetzt nur noch die Gewinnzahlen. Zuerst die Elferwette. 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 0, 2, 2 und die 2. Nun die Zahlen der Auswahlwette. 6 aus 45. 8, 18, 27, 37, 41, 44 und das Zusatzspiel 22. Wie immer alles ohne Gewehr. Heute Abend, ebenfalls wie immer Sport am Sonntag. Diesmal von 22.30 Uhr an. Ich hoffe, Sie fühlten sich gut informiert und unterhalten. Noch einen schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017